ich grüße euch heute ist es mal wieder zeit für ein bisschen geschichte dass die geschichte ist ja ein großes schatzhaus von lehren und lektionen wenn man so will wenn sie gut geschrieben ist auch der unterhaltung also ich weise nur daraufhin ich glaube es war momsen der für sein buch römische geschichte den literatur nobelpreis bekam also was eigentlich etwas ungewöhnliches ist denn es war ja ein geschichtswerk was da zeigt wie schon zu zeiten der geschichtsschreibung in ganz vergangener zeit wenn wir zum beispiel die beschreibung des peloponnesischen krieges nehmen also des krieges von athen gegen sparta dann haben wir denn beim historiker schon seit der frühesten zeit auch die unterhaltung neben dem wert der belehrung der immer ein zentrales element der geschichtsschreibung dargestellt hat in diesem fall ist es ein weiteres mal plutarch ein werk große griechen und römer band vier ein werk die teils große griechen und römer diejenigen die meinen videos nicht so oft folgen und das ist in folge dessen vielleicht auch nicht wissen es ist ein großes geschichtswerk von sogenannten doppel biografien in denen plutarch immer einen griechen und einen römer miteinander vergleicht und dann eine biografie macht jeweils es einen und dann eines von dem er meint der hat ähnliches ein ähnliches schicksal erlebt und in diesen doppel biografien wird die griechisch römische geschichte sehr ausführlich anhand solcher großer persönlichkeiten dargestellt und es galt jahrhunderte ich möchte sagen jahrtausende lang als ein eines der großen lehrreichen werke der geschichte überhaupt und ich lese immer wieder gern darin und die einzelnen ereignisse bei manchen sind so von so großartiger wundersamer art dass man heute staunt und sich zwergenhaft unsere zeit uns zwergenhaft und pygmäenhaft erscheint das schicksal von dem wir hier heute uns ein abschnitt anhören ist ein mann der heute in der geschichte nicht mehr ganz so bekannt ist es ist emilius paulus ein feldherr der die ehre und das besondere privileg hat für die römische republik das königreich makedonien zu erobern also wir befinden uns hier um das zeitlich einzuordnen im dritten jahrhundert vor der zeitrechnung und einige jahrzehnte vor der zerstörung karthagos noch und in dieser zeit hat die römische republik begonnen quasi ihre große expansionsphase ihre erste der republik zeit zu erleben wir haben mit der eroberung makedoniens den großen zugriff roms auf griechenland was für die römische republik natürlich einen sieg außergewöhnlichen prestig dargestellt hat denn makedonien war das land alexanders des großen und die erben alexanders des großen zu bezwingen war etwas das die römer ebenso stolz machte wie zugleich auch nachdenklich also man hatte zwar seine triumph zu wir werden darauf zu sprechen kommen aber eine eigenschaft die denn die die römer wie ich meine über alle anderen erobernden völker der geschichte hinaus adelt ist ihr bewusstsein im moment des triumphs maß zu halten sich bewusst zu sein der vergänglichkeit der dinge gerade in der eroberung dieser zwei ehemals großen reiche karthago und mazedonien ist das sehr deutlich späterhin ein nachkomme des emilius paulus der von den skipionen adoptiert wurde sollte die große ehre und das privileg haben bei der eroberung und schließlich der zerstörung karthagos mit dabei zu sein der große skipio afrikanus von dem überliefert ist das skipio afrikanus als er die als er karthago brennen sah den alten feind roms in tränen ausbrach und zu den göttern klagte dass alles von menschen gebaute vergänglich ist und das ist den skipio den bezwinger karthago so tief betraf den alten feind den generationenlangen feind muss man ja sagen in asche zerfallen zu sehen also diese art einsicht und auch emotionale ergriffenheit die uns vielleicht aus heutiger sicht manchmal etwas kindisch sogar anmutet wenn man sieht immer wieder dass die leute in tränen ausbrechen ob eines besiegten feindes und seines seines elends wo wir heute vielleicht eine etwas merkwürdige sicht haben aber das ist doch etwas sehr bezeichnendes für die vor den weitblick der römer dieses bewusstsein wie erfolgreich man auch sein mag dem gerade mazedonien oder makedonien das reich wie gesagt dass alexander den großen vorgebracht hat war ja einst ein großer name und der name alexanders war von römer natürlich bekannt und eine große inspirationsgestalt das ist ganz klar wir haben es also hier nun mit der oberen makedoniens der hintergrund ist die römer wurden wieder so oft der fall war ob man das nun verbahme münze nehmen mag oder nicht ist eine andere frage nach makedonien gerufen nach griechenland von widerstreitenden kräften was auch heute im kriegsgeschehen immer wieder als vorwand genommen wird oder auch als erklärung je nachdem wie man das deuten will die ereignisse über die ich hier schildere zeigen vor allen dingen den großmut der römer und des emilius paulus wobei klar hervorzuheben ist dass auch emilius paulus kein weichei gewesen ist die römer verfuhren gerade in der langen republikzeit mit eroberungen eigentlich meistens so dass sie die die sich besiegt fügten mit der größten ehre respekt behandelten aber völker stämme und städte die sich nach der niederlage nach dem besiegt sein noch einmal erhoben oft mit großer härte ihnen begegneten nach der motto so also ihr habt euch eigentlich gefügt ihr habt einige schworen dass sie uns in untertan seid ihr habt die ganze selbst verwaltung die ihr innerhalb des römischen reichs genießen könnt die sehr weitgehend war und wer sich aber dann danach ein zweites mal erhob der war sozusagen nicht ehrbarer feind des krieges sondern verräter also auch emilius paulus ist mit einigen nach dem krieg noch einmal aufständigen städten sehr hart verfahren hier aber geht es nun um den ersten konflikt und die hauptregion und einige schilderungen wie sie uns plotarisch überliefert eingangs sei gesagt die stelle an der ich eintrete hier ist von einem er die rede gemeint ist hier per seuss wer nicht der große per seuss aus der sage ist sondern nur ein namensgleicher per seuss war der letzte könig makedoniens der dann in die gefangenschaft in die römische geriet und versuchte erst der stadt zu entkommen wurde von den eigenen leuten verraten ein problem das die griechischen regionen immer geplagt hat der verrat untereinander damit im wesentlichen dafür gesorgt hat das griechenland anders als rom immer nur kleine regionalmacht geblieben ist hier ist also per seuss der letzte könig makedoniens der markt dass seine flucht nichts mehr bringt am meisten zutrauen hatte er zu naskia und ließ ihn rufen er per seuss da er aber nicht zur stelle war so beweinte er sein los und gab sich die zwingende notbedenken dem gneus octavius in die hand wobei er jetzt besonders deutlich werden liest dass ihm noch ein unedleres laster als die liebe zum gelde inne wohnte die liebe zum leben durch welche er sich auch dessen beraubte was allein das schicksal den ins unglück geratenen nicht nehmen kann des mitleids das ist ein etwas altmodisch formulierter satz also per seuss hängt am leben mehr als an der ehre und das ist natürlich aus der sicht einer antiken person elend denn als er sich auf seine bitte hin vor emilius geführt wurde erhob sich diese und ging ihm wie einem großen manne der einen vom schicksal verhängten herzens bewegten fall getan hat mit seinen freunden unter tränen entgegen per seuss aber schmählichster anblick warf sich aufs angesicht griff nach emilius knien und stieß unwürdige laute und bitten hervor die ertrug emilius nicht und hörte sie nicht an sondern sagte mit schmerzbewegter und unwilliger miene auf ihn blicken unseliger warum sprichst du das schicksal von dem schwersten vorwurf frei indem du etwas tust wonach man glauben muss dass du nicht wiederverdienst im unglück bist und nicht deines gegenwärtigen sondern deines früheren loses unwürdig warum verkleinerst du meinen sieg und setzest meine leistung herab indem du dich einen unedlen den römer nicht würdigen gegner erweist fester mut erwirbt dem unglücklichen auch beim feinde hohe achtung feigheit aber gilt den römern auch wenn sie von glück begünstigt ist als das ehrloseste von allen indessen hob er ihn auf reichte ihm seine rechte und übergab ihm dem tubero er selbst ließ seine söhne schwiegersöhne und von den anderen offizieren besonders die jüngeren herein in sein zelt kommen also er emilius und saß lange zeit schweigend in gedanken versunken da so dass alle sich wunderten dann begann emilius vom schicksal zu den menschlichen dingen zu sprechen und sagte ziemt es sich wohl dass man ein mensch wenn man im glück ist sich überhebt und stolz darauf ist wenn man ein volk eine stadt oder ein königreich unterworfen hat oder will das schicksal indem es diesen umschlag dem sieger als ein beispiel der allein menschlichen schwäche vor augen stellt ihn dazu erziehen nichts als dauerhaft und fest begründet anzusehen welcher augenblick kann wohl den menschen eine feste zuversicht geben wenn gerade der des siegs über den andere ihn nötigt das schicksal zu fürchten und der gedanke an das in stetigen umschwung begriffene bald an diesem bald an jenen herantretende verhängnis so viel trübe ahnung in die freude mischt oder wenn ihr die nachfolger alexanders der sich zum höchsten gipfel der macht erhob und das größte reich gewann im bruchteil einer stunde unter eure füßen tratet und die könige die eben noch von so vielen zehntausend fußvolk und tausenden reitern umschirmt waren aus den händen ihrer feinde das tägliche essen und trinken empfangen sehet glaubt ihr dann dass unsere macht auf einem festen grund ruht der dem schicksal für alle zeit trotzt wollt ihr jungen leute da nicht diesen eitlen stolz dieses prahlen mit dem siege von euch werfen und demütig euch vor der zukunft beugen immer gegenwärtig welches ende einem jeden die gottheit als entgelt für das gegenwärtige glück auferlegen wird viele mahnungen dieser art soll emilius an die jungen leute gerichtet und sie erst entlassen haben nachdem er ihre überhebung und ihren übermut mit seinem scharfen wort wie mit einer kandare gehörig gezügelt hatte wir haben also hier die ermahnung eines mannes der gerade die arben alexanders des großen besiegt hat und die jungen offiziere ermahnt nimmt es zum beispiel dass auch unser geschick nicht ewig währt hierauf gewährte er dem her eine ruhepause und begab sich selbst auf eine besichtigungsreise durch griechenland und an eine zugleich rühmliche und menschenfreundliche tätigkeit er besuchte nämlich die einzelnen gemeinden und half ihnen wieder auf ordnete ihre verfassungen neu und schenkte ihnen aus den könnlichen magazinen teils getreide teils öl denn es befand sich wie berichtet wird so viel aufgestapelt dass die zahl der bedürftigen und bittenden eher versiegte als dass die menge der gefundenen vorräte sich erschöpfte in delphi sah er einen großen viereckigen pfeiler aus weißem marmor aufgerichtet und auf dem eine goldene staate des perseus mit im platze er ordnete an dass stattdessen die seinige darauf gesetzt würde denn es zieme sich dass die besiegten den siegern ihren platz räumten in olympia soll er das berühmt gewordene wort gesprochen werden feidias habe den zeus homer dargestellt es ist ein hinweis auf ein kunstwerk das uns jetzt nicht weiter interessieren muss als die als die zehn männer kommission aus rom angekommen war überließ er den makedonen ihr land und ihre städte die sie in freiheit zu bewohnen und selbst zu verwalten gegen zahlung von 100 talenten an die römer eine summe die weniger als die hälfte dessen betrug was sie ihren königen hatten zahlen mussten bei der feier mannigfacher kampfspiele und opferfeste vor die götter veranstaltete er große bewirtungen und gastmähler wofür er von den königlichen schätzen einen ausgiebigen gebrauch machte und bei der anordnung und ausschmückung der verteilung der plätze der begrüßung und erweisung der jedem ihm gebührenden ehre so viel aufmerksamkeit und so viel sinn und ein solches maß von sorgfalt bewies dass die griechen darüber staunten dass er es auch für die leichtesten dinge nicht an bemühung fehlen ließ sondern als ein mann der sich mit so bedeutendem zu befassen hatte auch den kleinen dingen die gebührende beachtung steckte aber er hatte sowohl an diesen dingen seine freude als auch darin dass bei so vielen glänzenden zurüstungen doch er selbst vor die anwesenden der stärkste anziehungspunkt und die schönste augenweide war und denen die die von ihm bewiesene sorgfalt bewunderten gab er zur antwort es sei sache eines und desselben kopfes ein heer im felde und ein gastmann richtig zu leiten so dass das eine den feinden möglichst furchtbar das andere den gästen möglichst angenehm sei mehr als alles aber priesen die menschen die edle und großherzige gesinnung des mannes dass er die menge des aus den königlichen schatzkammern zusammengebrachten silbers und goldes nicht einmal ansehen wollte sondern es den questoren für die staatskasse übergab nur die bibliothek des königs gestattete er seinen für die wissenschaft interessierten söhne für sich in anspruch zu nehmen und bei der verteilung der tapferkeitspreise gab er seinem schwiegersohn elius tubero eine schale von fünf pfund gewicht das ist der tubero von dem ich schon erzählt habe dass er mit seinen verwandten zu 16 in einem hause wohnte und die sich alle von den erträgen eines kleinen gütchens ernährten und es heißt dass dies das erste silber war welches ins haus der elia kam zum lohn der tapferkeit und um der ehre willen hereingebracht zu anderer zeit hätten weder sie selbst noch ihre frauen silber und gold begehrt in der folge ist er noch damit beschäftigt in der region epirus also emilius noch damit beschäftigt verräter wieder niederzuwerfen von denen ich eingangs gesprochen hatte es gibt nun wie es bei römischen feldern denen steht ja eigentlich ein triumphzug zu und es gibt in der geschichte der römischen feldern immer wieder die auseinandersetzung dass es neider gibt in rom die das nicht gönnen oder sich einzig auch der konflikt zwischen den feldern und den soldaten ist manchmal da also es gibt diese ein 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 schwieriges gleichgewicht denn eigentlich erwarteten die soldaten dass man ihnen plündergeld übergab also dass sie sich bereichern konnten an plünderungen und emilius war ein so ein alt aristokratischer der es damit nicht so freigiebig haben wollte also der sagen wollte wir können hier nicht endlos plündern und infolgedessen war dann auch nicht so viel geld da zum verteilen an die soldaten das haben dann einige soldaten übel genommen was wie gesagt eine sich in der römischen republikzeit immer wiederkehrende geschichte gewesen ist und so gab es streit in rom ob man dem emilius überhaupt einen triumphzug gönnen sollte worauf ein getreuer des emilius marcus servilius auftritt mit einem unglaublich denkwürdigen auftritt in rom um für den triumphzug seines freundes emilius paulus einzutreten als darauf die volkstribunen die abstimmung unterbrochen hatten und stille herrschte trat ein ehemaliger konsul auf der 23 feinde auf herausforderung erschlagen hatte marcus servilius und sagte jetzt erst erkenne er richtig ein wie großer feldherr paulus sei da er sehe ein wie zuchtloses und verdorbenes heer er unter sich gehabt und trotzdem so große und ruhmvolle taten vollbracht habe er wundere sich über das volk dass es stolz sei auf triumphe über illyre und ligurer und es sich nun selbst missgönne den könig der makedonen lebendig und den rom alexanders und philipps als gefangene der römischen waffen einher geführt zu sehen ist es nicht unerhört fuhr er fort dass ihr als früher ein unbestimmtes gerücht von einem sieg in die stadt gedrungen war den göttern geopfert und gebetet habt dass ihr das verkündete bald mit augen sehen dürftet und jetzt wo der felter mit dem wirklichen und wahrhaftigen siege erschienen ist die götter ihrer ehren und euch selbst der freude berauben wollt als scheutet ihr euch die größten erfolge zu schauen oder als wolltet ihr den feindlichen könig schonen dabei wäre es immer noch anständiger wenn der triumph aus mitleid verdiesen und nicht aus neid gegen den oberfeldern abgelehnt würde auf einem solchen gipfel sagte er wird die niedertracht durch euch getrieben dass über felterntum und triumph ein mensch zu reden wagt dessen leib keine wunden trägt und von glätte und zarter zimmerfarbe schimmert zu uns die wir durch so viele wunden gelehrt worden sind über vorzüge und fehler von feltern zu urteilen mit diesen worten riss er sein gewand auseinander und zeigte auf seine brust und eine unglaubhafte menge von narben dann kehrte er sich um und entblößte gewisse körperteile die von der öffentlichkeit nackt zu zeigen verunanständig gilt seinen hintern und sagte zu galba gewandt du lachst über das aber ich bin stolz darauf den bürgern gegenüber denn dadurch dass ich zu ihrem heiltag und nacht unabhängig reiterdienst getan habe habe ich das bekommen nun geh hin und führe sie zur abstimmung aber ich komme herunter und gehe mit allen mit und werde so erfahren wer schlecht und undankbar ist und im feinde lieber gehätschelt und kommandiert werden will durch diese worte wurde die masse der soldaten heißt es so erschüttert und umgestimmt dass sie dem emilius den triumph von allen tribus zuerkannt wurde ich überspringe hier kurz und fahre zum triumph sofort am dritten tag gleich früh morgens zogen trompeter auf die aber nicht eine friedliche festweise anstimmten sondern diejenigen mit der die römer sich zum kampfe spornen ließen hinter diesen wurden 120 gemästete ochsen mit vergoldeten hornern geführt geschmückt mit bändern und kränzen die jungen männer die sie führten schritten einher im schmuck schön gewebter schurze vor die opferhandlung und mit ihnen knaben die silberne und goldene opferschalen trugen nach diesen kamen dann die leute welche die goldmünzen trugen in derselben weise wie das silbergeld auf gefäße von je drei talenten gewicht verteilt die zahl der gefäße betrug 72 an diese schlossen sich die männer welche die heilige schale empor hielten die emilius aus zehn talenten gold geschmückt mit edelsteinern hatte herstellen lassen und diejenigen welche die becher im antigonus seleukos und terikles stiel und das sonstige goldene tafelgeschirr des perseus vorwiesen es wird also das königliche tafelgeschirr der makedonen könige präsentiert auf diese folgte der wagen des perseus seine waffen und auf den waffen liegend sein diadem dann endlich wurden nach einem kleineren zwischenraum die kinder des königs als gefangene einher geführt und mit ihnen die menge ihrer wärter lehrer und erzieher die tränen überströmt selbst ihre arme nach den zuschauern ausstreckten und die kinder ermahnten ebenfalls zu bitten und zu flehen es waren zwei knaben und ein mädchen während sie wegen ihres zarten alters noch nicht fähig die größe ihres unglücks zu ermessen umso erbarmungswürdiger war ihr anblick wegen ihres unverständnisses für ihren schicksalsumschlag so dass perseus fast unbeachtet vorüberging so sehr hafteten die römer voll mitleid ihre augen auf die unmütigen kinder vielen stürzten die tränen aus den augen und für alle bedeutete der anblick eine mischung aus schmerz und freude bis die kinder vorüber waren er selbst perseus ging hinter den kindern und deren dienerschaft in ein dunkles gewand gekleidet und in schuhen wie sie in makedonien landesüblich sind und infolge der größe seines unglücks wirkte er wie einer der völlig betäubt ist und den verstand verloren hat auch ihm folgte die schar seiner freunde und vertrauten die blicke von trauer beschwert und denen sie immer auf perseus blickten und weinten bei den zuschauern die erkenntnis weckend dass sie um sein schicksal klagten und sich um ihr eigenes los sorge machten dabei hatte der könig zu emilius gesandt und ihn bitten lassen nicht mit aufgeführt und mit dem triumph verschont zu werden aber emilius hatte über seine feigheit und sein hängen am leben spottend geantwortet das stand ja schon früher in deiner hand und steht auch jetzt noch wenn du nur willst worauf er den tod als mittel der schande zuvor zu kommen hindeutete aber zudem hatte sich der elende nicht entschließen können sondern immer noch von irgendwelchen hoffnungen entnervt war er selbst zu einem teil der ihm abgenommenen beute geworden anschließend an diese wurden goldene grenze vorbeigetragen 400 an der zahl welche die städte als siegespreise dem emilius durch anordnung übersandten also hier gibt es noch eine fortführung aber es gibt eine schicksalshafte wendung das schicksal schlägt bei emilius zu emilius hatte nämlich vier söhne von denen zwei wie schon erzählt worden ist anderen familien in adoption gegeben worden waren scipio und fabius und zwei noch im knabenalter stehen die ihm von der zweiten frau geboren worden waren in seinem hause aufwuchsen von diesen starb der eine fünf tage vor dem triumph des emilius 14 jährig und der zwölfjährige folgte ihm drei tage nach dem triumph so dass es keinen römer gab der nicht an dem unglück anteil nahm sondern alle von der grausamkeit des schicksals schauderten dass es sich nicht scheute so große trauer in ein von jubel freude und opfer gefülltes haus zu tragen und wehklagen und tränen unter die siegeslieder und triumphe zu mischen indessen emilius in der richtigen erwägung dass den menschen mannhaftigkeit und fester mut nicht nur gegen schilde und lanzen sondern gleicherweise gegen jeden angriff des schicksals not tut brachte die gegensätze seiner gegenwartigen erlebnisse so miteinander in einklang dass das böse im guten und das häusliche im öffentlichen verschwand und weder die größe des sieges minderte noch den glanz verdunkelte denn sofort nachdem er den älteren der söhne bestattet hatte hielt er den triumphzug wie schon gesagt und als der zweite starb berief er das volk der römer zur versammlung und sprach wie ein mann der nicht des trostes bedarf sondern seine um sein unglück kümmerten mitbürger zu trösten sucht niemals sagte er habe er vor menschlichen mächten angst gehabt vor den göttlichen mächten aber fortuna als die unzuverlässigste und wankelmütigste immer gefürchtet und vor allem in diesem kriege wo sie wie ein frischer wind alle seine unternehmungen begünstigte sei er beständig auf einen umschwung und einen rückschlag gefasst gewesen denn an diesen tage sagte er habe ich das ionische meer von brundisium aus überquert und kerküra angelaufen am fünften tage danach in delphi dem gotte geopfert und abermals fünf tage später das kommando des heeres in makedonien übernommen und die bewohnte reinigung und sühnung durchgeführt dann habe ich die operation sofort eröffnet und in weiteren 15 tagen den krieg zum ruhmreichsten ende geführt voll misstrauen gegen das schicksal wegen der günst wegen des günstigsten verlaufs der ereignisse fürchtete ich nachdem volle sicherheit gewonnen war und keine gefahr mehr von feinde drohte vor allem auf der überfahrt auf einen wandel der göttlichen gunst nach so viel glück da ich ein so großes siegreiches heer so reiche beute und könige als gefangene mitbrachte als ich vollendst wohlbehalten bei euch angelangte und die stadt voll freude jubel und opfern befüllt war behielt ich doch noch meinen argwohn gegen das schicksal da ich wohl wusste dass es keine sehr höchsten gaben rein und ohne entgelt dem menschen schenkt und diese furcht ist meine bangende und zukunft der stadt besorgte seele nicht eher losgeworden als dass ich dieses große unglück in meinem hause erlitt dass ich vor zwei wohlgeratene söhne die einzigen die ich mir als meine erben übrig gelassen hatte kurz hintereinander während der festlichen tage das grab bestellen musste jetzt also bin ich heraus aus der gefahr und der sorge um die größten dinge bin guten mutes und glaube dass das glück euch fest und ohne wanken treu bleiben wird denn zur genüge hat es an mir und meinem unglück sich ausgetobt zum entgelt für so vieles gelingen und nicht minder einprägsames beispiel in der menschlichen schwachheit an dem der den triumph feiert aufgestellt als dem der sein opfer ist nur dass perseus auch als besiegter noch seine kinder behalten hat emilius aber hat gesiegt und seine kinder verloren es heißt in dem folgenden noch dass perseus sich in der gefangenschaft zu tode hungerte von den kindern des perseus wird nichts genaues berichtet nur dass sie irgendwelche gelehrten berufe ergriffen haben sollen zum ende des emilius heißt es hier noch nachdem er so die meisten und wichtigsten obliegenheiten erfüllt hatte verfiel er in eine krankheit die anfangs bedenklich war mit der zeit aber gefahrlos doch lästig und hartnäckig wurde auf den rat der ärzte fuhr er nach elea in italien und dort lebte er längere zeit auf einem landgut nahe der see in tiefer ruhe aber die römer verlangten nach ihm und äußersten oft im theater durch laute rufe dringend den wunsch ihn wiederzusehen als er nun notwendig ein gewisses opfer zu versehen hatte auch glaubte dass er wieder bei leiblicher gesundheit wäre kehrte er nach rom zurück und vollzog jenes opfer gemeinsam mit den anderen priestern worauf das volk in auffallender menge herzuströmte und seiner freude ausdruck gab am folgenden tage brachte er allein für sich den göttern ein dankopfer für seine genesung da kehrte nachdem das opfer wie er es vorgenommen hatte vollzogen war nach hause zurück und legte sich nieder verfiel aber bevor er noch eine veränderung fühlte oder an oder erkannte in bewusstlosigkeit und starb am dritten tage danach als ein mann dem nichts von dem was man zum wahren glück zählt versagt geblieben war denn auch sein leichenbegängnis war staunens und beneidenswert und die tugend des mannes wurde durch die schönste und erhabenste trauerfeier geehrt nicht in gold elfenbein oder sonstigen prunkvollen und kostbaren veranstaltungen bestand sie sondern in beweis der liebe hochachtung und dankbarkeit nicht nur von seiten der bürger sondern auch der feinde denn alle anwesenden spanier ligurer und makedonen nahmen teil die jungen und kräftigen nahmen seine bahre auf ihre schultern und trugen sie zur grabestätte die älteren gaben das geleit und priesen den emilius als wohltäter und erretter ihres vaterlandes denn nicht nur zu der zeit da er sie besiegte war er mild und menschenfreundlich gegen sie alle verfahren sondern auch während des ganzen späteren lebens hatte ihnen immer gutes erwiesen gesucht für sie zu sorgen wie für angehörige und verwandte sein vermögen soll kaum 370.000 des terzen betragen haben zu erben dasselben hatte er seine beiden söhne eingesetzt aber der jüngere scipio überließ das ganze seinem bruder weil er aus selbst durch die adoption in ein reicheres haus das des afrikaners eingetreten war so beschaffen war nach den berichten der charakter und das leben des emilius paulus so beschaffen war nach den berichten so es ist so es ist so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017